Herzlich Willkommen zurück, der Captain spielt Doom 3 The Lost Mission und wir nehmen jetzt diesen Fahrstuhl zum Aussichtspunkt Station B1B, B18, 818, BIB, was auch immer. Nicht lange hier rum schnacken, es ist B18, das richte ich aus. Das war jetzt fies. Das war echt fies. So lange hat der Fahrstuhl gebraucht. So lange hat der Fahrstuhl gebraucht. Ich wusste, das war ein Fehler. Warum macht das dann trotzdem? Um ein bisschen Spannung reinzubringen. Mensch, wir brauchen auch mal Puls. Puls. Hör mal, ich hab Puls. Wie geht das denn? Ihr spinnt wohl. Wieso ausweichen? Ich hab ne Rüstung an, ne? Ja, das ist die Mentalität des Käpt'ns. Oh, diese verwinkelten Korridoren, die machen ich fertig. Ich hab das geahnt. Okay. Der weiß gut. Ja, der peint schon mal mit seinem Sturmhelm. Bleibst du da liegen oder kommst du mir entgegen? Okay. Die liegt ja einfach so rum. Der schafft über das Sicherheitsterminal Zugang zu den unteren Wartungsebenern, you know? Wartung. Oh, hier bin ich. Oh, das ist ja einfach. Hallo. Hier ist der Zugang. Oh, schon wieder in Ordnung. Ah, okay. Die helfende Station werde ich nicht gebrauchen müssen. Noch nicht, aber gleich. Pass mal auf. Sicherheit aufregelung deaktiviert. Zugang zur Suchebene für autorisierte Personal erlaubt. Dankeschön. Hey, wir sind richtig schön aufgehört. Kommst du mir jetzt entgegen oder? Schon wieder Level Ende. Das geht aber zügig diesmal. Ja. Ich glaube, Lost Mission ist insgesamt nicht so groß. Vielleicht sollten wir uns gerade deshalb ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber das ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen Puls und. Immer ne gute Idee. Mein treuer Robofreund. Ich habe ihn schon gehört. 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 Es tut mir echt leid für die Jungs, aber. Komm ich mache es schnell. Diese bösen Invasoren aus der Hölle. Wir sind eingekesselt. Es reicht. Voll Honk. Mann, und damit meine ich mich selbst, ne? Untergeschoss. Nehme ich gerne mit so einen jübschen Wachroboter. Geh vor. Komm, geh vor. Und mach mir die Tür auf. Guter Mann. Ja, ich bin da. Alles gut. Wir schaffen das, Junge. Wir machen das zusammen. Ich bin bei dir. Ja. Was? Aua. Ich glaube, du wirst es eher schaffen als ich, mein Freund. Oh. Danke. Okay, warte auf mich. Und er speichert. Okay. Das heißt nichts Gutes. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wart auf mich, ich komme Wir machen das zusammen, los Ist klar Was, wo ist er? Aua Geht so gut? Okay Komm Kumpel, wir ziehen durch Ziehst durch Warte kurz Ja, ich bin da, ich musste nur den PDA holen Alles ist gut Wir ergänzen uns gut Großer was? Aua Waren die hier nicht schon? Oh Scheiße Oh, warte kurz So, Phil Anders Komm, 108 108 Mach hin Lagerschrank 108 847 Quatsch Quatsch Dankeschön Okay, ich bin da Los geht's, Robi Robi Mein treuer Robi-Freund Lass Robi in Ruhe Ach du Scheiße Du hast mir noch gefehlt Jetzt wollte er es aber wissen, wa? Robi Nein Er hat Robi ermordet Robi 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 Ich bin traurig Robi ist tot Wer bist'n du? Ah, Lift ist kaputt Nicht genügend Ach, ist das alles aufregend und spannend Ich gehe kaputt hier Was ein Stress Geht auch nicht Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Zur Transportsteuerung zu gehen, damit wir den Lift wieder ins Laufen kriegen Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge Zunge Gabig Diego So